Was geht ab Freunde? Im letzten Teil von GTA 5 haben wir uns vertraut gemacht mit den Basics des Spiels. Wir haben einen Obdachlosen vermöbelt, uns ein BBC geangelt und versucht eine Tierdoku zu drehen. Wir beginnen daher mit einer Mission, die erst harmlos anfängt, aber dann so aussieht, als wäre es eine Kackout-Party. Ein Typ mit Leoparden-Slips samt Tennissocken ist der Meinung, auf Michaels Ehebett rumzuhüpfen, nachdem er seine dürrenhafte Ehefrau vernascht hat. Sein Outfit und Brustbehaarung lassen darauf schließen, dass er eine geruchsintensive Vorhaut aufweist. Daraufhin ist der Tennistrainer noch der Meinung, die Balkon-Tür kaputt zu machen und macht einen auf WWE-Wrestling-Profi. Da jede Orgie ihrem Zeugen braucht, ist Franklin leider zu spät zur Gruppenpenetration und ist natürlich dabei, als Michael Tarzan jagen möchte. Mit seinem Vagina getränktem Lachs haut der Typ in seiner Öko-Karre ab und genau dann, als wir ihn fasst haben, ist irgend so ein Hippie der Meinung, sein Meth-Mobil rauszufahren und uns den Weg zu versperren. Moralisch gesehen reagieren wir daraufhin richtig. Drengenommen ist der Typ, der eben Michaels Frau geoxet hat, ein Flüchtling, weil er sich in einem Haus versteckt, was ihm wohl nicht gehört. Aber als Männer sind wir nicht gerade dafür bekannt, rational zu denken, gerade dann, wenn jemand den Leopardentanga unserer Frau vermutlich gefistet hat und dafür sogar von uns bezahlt wird, ohne dass wir dabei zugucken können. Daher ist es auch legitim, dass wir das Haus einfach vom Hügel runterreißen. Erst als wir wegfahren und sein osteuropäischer Ladyboy übers Telefon bedroht und uns illegale Einwanderer versuchen zu töten, wird uns ganz langsam bewusst, dass das doch nicht so schlau war, wie vorher auf Craig vermutet. Craig ist eine ziemlich passende These, weil Michael sich sehr lebendig fühlt, sein Herz rasst und wahrscheinlich eine Erektion hat. Zuhause angekommen kriegen wir schnell Besuch von einem Typ mit Aufmerksamkeitskomplexen und grauen Schamhaaren. Für gewöhnlich ist das Zuhause ein Ort der Ruhe und nicht ein Ort für alte Männer, die schreien müssen, er weiß nicht wer ich bin, er weiß nicht wer ich bin. Stellt sich nicht nur heraus, dass der Typ ein mexikanischer Kartellchef ist, sondern auch noch offen für Gewalt ist. Statistisch gesehen sind Männer mit so großer Macht öfters zu Gast bei Dominas, um sich die Nippel langziehen zu lassen und sich am Andreas kurz mit Bobwürsten bewerfen zu lassen. Nach diesem erektionsrechtlichen Ereignis müssen wir wohl für die Schäden am Haus aufkommen, was wir eigentlich nur aus Versehen runtergerissen haben. Der einzige Weg ist in dem Fall einen alten Freund anzurufen, was ungefähr so angenehm ist, wie seine Ex-Freundin Sandra anzurufen und fragen, ob sie noch Bock hätte, obwohl man Schluss gemacht hat, weil sie nicht der Teil der eigenen schmutzigen Fantasien sein wollte. Es ist halt nur ein Hasen-Outfit und ein Umschnallgürtel gewesen, wo ist das scheiß Problem? Naja, jedenfalls meldet sich Michael bei Lester, seinen alten verkrüppelten Gruppen, Penetrationskumpanen, der rein zufällig in derselben Stadt lebt wie Michael und ganz schön viel über Michael Weiss. Theoretisch könnte man ihn jetzt wegen Stalking anzeigen, glaube ich. Auf dem Weg dahin hören wir eine Frau nach Hilfe schreien. So naiv wie wir sind, halten wir natürlich auch an und helfen der Alten mit baufreiem Oberteil und ausländischem Akzent. Heutzutage dürfen wir eben nicht nach Äußerlichkeiten urteilen. Angeblich vermöbelt ein Typ seine Freundin und sie weiß nicht, was sie tun soll. Das erste, was ihr in den Sinn kommt, ist sich also an eine Hauptstraße zu stellen, mit den Armen zu wackeln und rumzuschreien. Wer hätte gedacht, dass das ein Scam ist und sie und ein paar Cousins versuchen uns auszurauben, indem sie mit Waffen auf uns schießen. Wir machen diesen Zeitlupenkram und knallen alle just for fun ab. Die einzige Kritik hier ist, dass wir für vier Morde nur einen Stern in GTA kriegen. Amerika ist halt ganz locker, was das angeht. Jedenfalls treffen wir uns mit Lester, entschuldigen uns halbherzig, sagen ihm, dass wir uns nur melden, weil wir gerade Geld brauchen und mit ihm zum Ausgleich Stephen Hawkings verrücktes Rollstuhlrenn spielen. Lester stalkt nicht nur uns, sondern auch andere Menschen, was überhaupt nicht krank ist. Wir sollen eine Firma infiltrieren, die wohl das Pendant zu Facebook ist. Erstmal sollen wir uns so anziehen, als wäre Stevie Wonder höchstpersönlich unser Designer und uns dann auf den Weg machen zur Zentrale von Life Invader, in Klammern Facebook. Da wir offensichtlich auf unser äußeres Acht geben und wir uns als Social Media Experte ausgeben, müssen wir uns ein Fahrzeug besorgen, was uns nicht gehört. Was passt also besser als ein roter Ferrari? Zwergen, Gemächt und Glatze würden noch fehlen und wir sind eine Parodie einer weiteren Person. Wie es so üblich ist in Amerika, werden wir als Typ draußen angesprochen und entdeckt. So kriegt man eben Jobs. Hipster Michael folgt dem Typen mit der sehr beliebten Zuckerfrasur, um seinen Arbeits-PC von seriös aussehenden Werbeanzeigen zu säubern. Weil sich unsere Miete mit Dankbarkeit zahlt, dürfen wir ganz alleine als fremde Außenstehende einen Prototyp sehen, den wir natürlich nicht für sadistische Zwecke austauschen würden. Ein typischer Arbeitsalltag eines IT-Spezialisten. Nun können wir weiter Verbrechen begehen in unserer Freizeit, wie es sich eben gehört. Zuhause angekommen, bewerben wir uns für den Vater des Jahres Award und schauen uns die Nachrichten an, wo der Mark Zuckerberg-Verschnitt eine hitlermäßige Rede schwingt und irgendwas von Weltherrschaft, Revolution, Kinderarbeit und Datenleak faselt. Etwas übertrieben für eine Telefonvorstellung. Ich mein, wer ist er denn? Steve Jobs? Wir spielen Telefonstreich und daraufhin explodiert sein Kopf. Als Philesta anrufen scheint er sehr froh darüber zu sein, weil er an der Börse spekuliert hat und damit einen Profit erwirtschaftet hat. Eindeutig das Werk eines Verschwörungstheoretikers. Menschen würden niemals schreckliche Dinge für Geld machen. Um uns abzureagieren, schicken wir Michael zu Bob Ross, weil er sonst niemanden zum Reden hat. Kurz gesagt erzählen wir ihm, dass alles schief läuft und wir nichts dafür können und er bietet uns an, mehr Stunden zu buchen, weil er uns natürlich nur helfen möchte. Gerade als wir unseren Höhepunkt erreichen, unterbricht uns Bob Ross und schickt uns raus. Man merkt sofort, dass er uns natürlich nur helfen möchte. Er wäre ein guter Ich-Mach-Dich-Reich-Guru auf Instagram, der mit Fake-Roll-Aix und Fake-AMG rumprallt und das Erfolg nennt. Auf dem Weg zu Leicester ruft uns Schamhaarlocken Ricky an und bittet uns um Arbeit, was etwas komisch ist, weil wir wissen, wo seine Prioritäten liegen. Beim Cyber-Krüppel angekommen, planen wir, wem wir ausrauben können, damit wir einen extravaganten Lifestyle haben können auf Kosten anderer. Da der Einkeltrick leider nicht zur Auswahl steht, müssen wir uns zufrieden gehen mit etwas weniger Ehrenhaftes wie ein Juwelier ausrauben. Von daher tun wir auch schlau, indem wir eine Brille tragen mit integrierter Kamera. Damit sollen wir den Laden ausspülen und mit Pumokel flirten, um mehr Schwachpunkte herauszufinden über den Laden. Als wäre das nicht genug, sollen wir auch noch auf das Dach klettern und vom Dach fallen den Parcours-Menschen machen. Oben angekommen, machen wir nur ein Bild von einem Schacht und versuchen cool zu sein. Das war alles nötig, nur damit wir einen Plan entwickeln, den auch jeder 8-Jährige entwickeln hätte können. Wir können auswählen, ob wir intelligent vorgehen und niemanden verletzen oder mit Gebrüll in den Laden stürmen und Leute eine posttraumatische Belastungsstörung verpassen. Außerdem brauchen wir noch mehr Crewmitglieder. Je besser ihre Fähigkeiten, desto mehr Geld wollen sie. Als ehemaliger BMW-Vorstandschef setze ich auf billige Arbeitskräfte, um den eigenen Profit zu maximieren. Mit diesem Intensiasmus rufen wir Franklin an und erzählen ihm, dass wir Arbeit haben, die schlecht bezahlt ist, während wir natürlich sarkastisch im Rolls Royce sitzen. Am nächsten Tag bereiten wir uns mental auf den Juwelenraub vor, indem wir zu Hause Chips fressen und alte Filme gucken. Leider werden wir gestört durch unseren jungfräulichen Sohn Jimmy, der am Zocken ist und fremden Männern im Internet einredet, dass die anderen Männer vieler zonieren würden auf Homo-Basis. Ein klarer Fall von Sexismus, woraufhin Michael den Fernseher zerstört, den er bezahlt hat. Folglich kommt so ein angenehmes Gespräch, was man gerne mit seinem gewaltbereiten Vater führt, wenn man Mist gebaut hat und er einem am liebsten vermöbeln will. Als Ausrede, warum wir das gemacht haben, benutzen wir, dass wir mehr Zeit mit unserem Sohn verbringen wollen. Welcher normale Mensch über 20 möchte denn nicht lieber mit seinem psychopathischen Vater Fahrrad fahren gehen, statt zu Hause zu zocken. Am Strand angekommen, entscheiden wir uns, ein Wettring gegen unseren adipösen Albino-Sohn zu fahren. Der Verlierer zahlt den Fernseher. Auf dem Weg zum Sieg haben wir einen kurzen Herzinfarkt, was mich an mein altes Arbeitsumfeld erinnert. Kurz vom Verrecken und trotzdem zur Arbeit gehen, weil man ja so wichtig ist. Um unsere Freude über den Sieg zu nehmen, erzählt die dicke Quelle uns, dass Michaels Tochter sich hochschifft, um ins Fernsehen zu kommen auf einer Jagd, die rein zufällig nicht weit weg ist. Ich würde sagen, das spricht nur der Neid. Wer würde nicht seine Ehre und Seele verkaufen für etwas Fame? Wo sind wir hier in 1939? Michael stellt seinen untrainierten alten Männerkörper zur Schau, um zu flexen und schwimmt schnell zum Flüchtlingsboot rüber, um das zu machen, wofür Eltern ja schließlich da sind. Einen anzuschreien, vor den Freunden bloßstellen und nachts komplett besoffen zu einem zu stoßen und dieben Rulitalk über das Leben zu führen. Es gibt eben nichts schöneres, als mit 12 Jahren von seinem Vater um 3 Uhr morgens so geweckt zu werden, obwohl man um 7 Uhr aufstehen muss. Warum auch immer findet Cisco das nicht lustig und möchte uns darauf hin abknallen, indem er uns auf einem Jetski-Jagd. Es ist also eindeutig seine Schuld, dass wir seinen Kumpel mit Tanga, Turnschuhen, Tennissocken und Strohhut abknallen müssen, nicht unsere. Ich weiß zwar nicht, was man sich als Vater dabei denkt, wenn man seine Kinder nervt, aber wahrscheinlich ist das anders ausgegangen, als Michael sich erhofft hat. Weil natürlich alle anderen schuld sind und nicht wir, hauen wir aus Reflex einen nach Gras stinkenden Hippie um. Nicht etwa, weil er Sandalen trinkt, Gitarre spielt oder kifft, nein, weil er ein Stirnband trägt, ganz einfach. Als richtiger Ehrenmann würden wir uns jetzt noch im Internet von Gewalt distanzieren. Als wäre das nicht genug, ruft uns unsere Ehefrau an und halt uns mit, dass man sie festnehmen will. Ironischerweise sitzen wir in einem gestohlenen Polizeifahrzeug in dem Moment und werden selber von den Cops gejagt. Es wäre moralisch also nicht vertretbar, wenn wir nicht so einen Bonnie und Clydling durchziehen würden. Anders als die beiden Partner sind entkommen wir aber der Polizei und werden nicht als löchriger Käse enden. Bei meiner Genetik überhandeln, beklauen wir Polizisten und klauen ihre Waffe, woraufhin die Raubmission sofort beginnt. Wir treffen uns mit den ganzen Nichtsnutzen, erklären denen den komplexen Plan, der nur aus roher Gewalt und Geschrei besteht. Unterwegs ist Michael der Meinung, dass wir uns alle näher kennenlernen müssen, indem wir unsere peinlichste Wix-Geschichte erzählen. Das soll das Band stärken und andere davon abhalten, uns zu verpetzen, falls da was passieren sollte. Verkleidet als Powerranger im Anzug stürmen wir den Juwelier, bedrohen alle und nehmen so viel mit, wie es nur geht. Leider ist die Store-Managerin der Meinung rauszukommen und die Polizei zu rufen. Statt sich zu ergeben, muss sie natürlich die Heldin spielen und ihre feministische Propaganda vorantreiben. Naja, egal, ein Problem weniger. Der engagierte Hacker mit dem Pornostar-Vornamen ist so brauchbar, wie ein Kondom beim Oralverkehr, weil er zu blöd ist, den Alarm auszuschalten, damit die Cops nicht kommen. Draußen spielt APO Ordnungsamt und nervt uns, dass wir nicht mal für eine Minute da stehen können. Nachdem wir ihn umgetackt haben, hauen wir als Franklin mit dem Geld ab. Ein Nachteil der billigen Arbeitskraft ist, dass einer davon zu blöd ist, geradeaus zu fahren. Gut, dass wir nur an das Geld denken und nicht daran, anderen zu helfen, wenn sie am Boden liegen. Das bedeutet nämlich mehr Geld für uns und den notwendigen Ausgaben für Prostituierte. Nach einer OJ-Simpson-artigen Verfolgungsjahr kriegen wir es letztendlich doch noch ihn abzuhauen. Weil Franklin jetzt etwas Geld hat, ruft er seine Ex-Freundin aus dem Strip-Club aus an und erzählt ihr, dass alles bald wieder gut wird. Da sie hysterisch wird und irgendwie mitkriegt, dass wir in einem solchen Etablissement sind, wo nur Frauen arbeiten dürfen, legen wir auf. Um uns abzureagieren, betreiben wir Recherche für ein Schulprojekt bis zum bitteren Ende. Als eine Art stille Protest hauen wir jemanden um, der nichts mit der Sache zu tun hat. Daraufhin gehen wir nach Hauerson und werden unsanft geweckt von vier Frauen Mitte 40, die ihre Weiblichkeit neu entdecken müssen. Weil Franklin seine große Chance so wüttert geht er dahin in der Hoffnung, dass er ihnen dabei helfen kann. Leider ist seine Tante ein echter Cockblocker und wir hauen ab, obwohl Amar mit einem Random aus der Vergangenheit auftaucht, der frisch aus dem Knast ist und nicht zugeben möchte, dass er im Knast wahre Männer lieber erfahren hat. Genau deswegen gibt Franklin ihm auch nicht die Hand. Sie könnte ja noch eben in einem Anus gewesen sein und im Knast gibt es bestimmt keine Einläufe zum Saubermachen. Es stellt sich heraus, dass er tief von derselben Gang ist und Franklin ihn wohl nicht mag. Nach dem Battle Rap werden wir doch noch davon überzeugt mitzugehen. Vorerst holen wir uns Waffen, weil die in Amerika öfters verkauft werden als Kondome. Damit machen wir uns auf den Weg zum Ort des Geschehens, das aussieht wie ein Amateur-Pornostudio. Jedenfalls soll das ein Drogendeal sein mit dem Typen, den wir im ersten Teil entführt haben und fast von unserem Hund missbraucht wurde. Wer hätte nur denken können, dass das eine Falle ist. Daraufhin stürmen ein Haufen lila Dudes von einer anderen Gang das Gebäude und als wäre das nicht genug, hat irgendeine Snitch die Polizei gerufen, die uns nochmal zusätzlich nervt. Das ist sehr unrealistisch, weil die Polizei in Amerika bei Gangschießereien unter Afroamerikaner sonst nie so schnell handelt. Nachdem wir die Cops losgeworden sind, wird weiter rumgezickt, was das denn für ein Müll sei und dass es nicht schlau war, sich als Grüner mit den lila Power Ranger zu fusionieren. Nach einem Haufen Beleidigungen und Kuscheltrock fahren wir zu Michael, um uns im Endeffekt zu besaufen, dass wir am Tag danach jegliche Schandarten auf den Alkohol schieben können. Gerade als wir die Roofies schlucken wollen, wird die offizielle No-Homo-Lachsparty unterbrochen von einem Typen mit Geheimratsecken bis zum Nacken. Es stellt sich heraus, dass er Vertretungslehre der polizeiliche Betreuer von Michael ist und sich fürchtet, dass Trevor das rauskriegt, da er denkt, dass Michael damals gestorben ist. Im selben Atemzug können wir sehen, was passiert wäre, wenn Franklin und Michael weiterhin alleine gewesen wären. Wir springen zu Charakter 3, Trevor, der die Mav-süchtige Crystal Ox und dann Zeuge vom RTL-Drama wird, weil der Protagonist aus dem GTA 4 Erweiterungspack der Meinung ist, uns sagen zu müssen, dass es nicht in Ordnung sei, seine Freunde zu bürsten. Ich meine, der Ord symbolisiert die Südstadt und da ist Inzest und Swing eindeutig in der Verfassung verankert. Höflich wie wir aussehen, bieten wir Mav-Johnny an, dass wir ihn sexuell ausbeuten als Ersatz, was sich aber schnell als Sarkasmus herausstellt, da wir ihm zeigen, wie man mit Mav-süchtigen Nervensägen umgeht. Weil Trevor von Natur aus ein sehr herzlicher Mensch auf Speed ist, ist es logisch, den Rest der Biker-Gang zu trollen und zu töten. Man könnte meinen, dass Trevor keine Rockerbanden mag und es als seine heilige Pflicht ansieht, sie auszurotten. Auch wenn das ehrenvoll klingt, ist das Primär nur, um sein Mav-Monopol auszubauen. Das beweist nur, dass man auf die besten Ideen kommt, wenn man eben auf Speed ist. So auch die Idee, den Trailerpack zu infiltrieren, wo regelmäßig Geschwister heiraten. Um nicht rassistisch zu wirken, nehmen wir uns auch noch den Mav-Koch vom mexikanischen Kartell vor. Eigentlich reicht es aus, ihn zu bedrohen, aber aus Reflex muss er per 180 Quickscope daran glauben. Mit diesem Happy End beenden wir das heutige Video. Wenn ihr lachen konntet und mehr Lust auf einen nächsten Teil habt, dann zeigt das bei Support durch Daumen, Kommentar und Abonnierfunktion.